ja so liebe leute ich habe nämlich mal was jetzt mal rausgesucht wir sind jetzt gerade in einer netten skype konferenz sagt mal hallo hallo pikachu meine damen und herren das war's der 53 ex und nü ja und der eine fehlt noch der ist nämlich den ich nicht kenne aber der ist auf jeden fall cool der glasien da hat er noch eine zahl hinten dran nehmt 9 90 90 glasen er ist auch mitarbeiter der wird verdingt oder in die kommentarein geschrieben das ist egal auf jeden fall möchte ich euch was zeigen und zwar das hier auch meine damen und herren caveman ninjas das lieb panja du bist dir bewusst dass wir aufnehmen ich glaube gar nicht wie lange ich das hier machen kann stunden lang ich finde das ist so geil wie dieser wie dieser typ da so abgeht gerade ja total genial und du sitzt da einfach unten rum und so oh schön so das nehm ich jetzt noch Leute, ich höre jetzt KS Mafia ich wollte es nur noch mal sagen auf jeden Fall dass ich gleich total abgehe ja das ist äh ja aber da sich das jetzt die ganze zeit wiederholt ähm ich werde das glaube ich in der 15 minuten endlosschleife zeigen mit musik unterlegt ja mit tetris musik ne ey ohne scheiß es gab das mach ich ich habe ja wohl ein rap dahinter macht zum beispiel oh ja KSK Mafia dahinter ich fick dich mit dem satanschuh sag ich dann so ich komme also nicht mit dem Messer ey so Wörter sind normalerweise nicht auf meinem Kanal aber liebe 53 Abonnenten die ihr das seht das habe ich nicht ich gesagt das war Stella 75 68000 nein ich zitiere nur den du bist geil aussehenden Kerl hier ey guck mal hier geht's voll ab das ist gleich sinkt er oh Gott wir müssen ich glaube wirklich das Video verlinken sonst versteht keiner was wir richtig weil ich geh grad voll ab auf das Video boah geil alter oh yeah hey wie cool das ist ich glaube das können wir als Special hochladen ja als mini Special hallo und herzlich willkommen zu meinem 59 Abonnenten Special hallo 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 die Eni hier mit let's play your level nein mit let's save case babes achso entschuldige ja eben schon schlimm achso ich muss mich ich merke auch gerade ich muss mich ja gar nicht scheuer ducken ne ich kann auch hier rumjumpen ich krieg der Gesichtsausdruck wenn der springt ist auch extrem geil ja na das jetzt hinterlegt mit nachdenklicher Musik das ist bestimmt geil oder mit KS-Mafia KS-K oder KS-Mafia ich kann ihn nicht mal töten KS-Mafia endlich er düst ja da richtig wir nehmen übrigens rauf ne nur dass du weißt du wirst verlinkt du wirst verlinkt genau bitte Netti sag mal was hallo genau hinterlass hinterlass mal ne Nachricht für meine Abonnenten ich du ja was sagst du zu schau es nicht an guck seine Videos äh was sagst du zu diesem komischen äh KS-Mafia nein nicht zu diesem ich mach dich Messerlita nein was sagst du zu dem Neandertaler der hier grad so bissi auf Ecstasy ist der sieht ihn doch gar nicht genauso wenig wie ich ja aber sag mal was da guck ich jetzt den Kirby und Snoop Dog Remix wo ist denn der Neandertaler nü ist doch Neandertaler ey hier nein es ist ein Cave Babe ich bin ein Cave Babe und Furby ist mein Cave Ninja ne achso wirklich mhm so aber jetzt hab ich vier Minuten euch mit diesem äh diesem eleganten sinnvollen ihr könnt euch gar nicht vorstellen wie lange ich das machen kann stunden stunden eine Frau die kann nur quatschen ach ja großartig ich werde euch jetzt aber nochmal damit ihr es richtig genießen könnt werde ich euch das jetzt nochmal mit passender Musik genau in diesem Moment wenn ich diesen Satz beende unterlegen viel Spaß so und jetzt mach ich die Aufgabe und hab ich Stopp und so das ist mir grad zu blöd dass die ganze Zeit da rumrennt